ARD Text im Auftrag von Funk Hi Kapelutti, du alter Eintänzer! Das war ja eine cool Party am Freitag in der Zentralstation. Und die dicke Backenmusiker aus Mannheim, die haben echt geil Musik gemacht. Die haben gefetzt wie die Sau. Aber bei deinen komischen Kandidatenspielchen auf der Bühne, da haben sie sich mir die Fußneil hochgerollt. Mit der Nummer hätten sie dich sogar im Kindergarten mit Baugletzern beschmissen. Aber ehrlich, da kommt ja der Abrazo, der kann's bestätigen, gell Abrazo? Ich schwärze mit dir, du Hoseherden. Lege mich deine Arse. Ich glaub dir geht's nicht gut. Gebt mir eine vernünftige Antwort, wenn ich mit dir schwärze. Lass mich in Ruhe, du blöde Hunde. Ich hab keine Zeit für deine dumme Geschwärze. Was schaffst du denn da? Ich sag eine SMS. Was machst du? Ich sag eine SMS. Was ist denn Säge-S-MMS? Ich versieg eine Nachricht auf mein Handy. Ach, die Scheiße, meinst du SMS? Das ist keine Säge. Das ist ein moderner Tesseniker. Das sind Färze mit Kriegen. Du hast doch keine Ahnung. Dann erklär mir doch mal, für was der Scheiße gut sein soll. Das ist prima. Wenn du jemandem eine kleine Nachrichter siegen willst. Dann kannst du auch anrufen, oder? Das ist aber viele Billiser. Billiser? Du bist auch Billiser. In deinem dummen Hemm. Das ist was für ein Feischling da, verstehst du? Wieso Feiserlinge? Das ist doch nur für all die praktisch, die gar keine Antwort kriegen wollen. Verstehst du? Hä? Keine andere Worte? Ah ja, wenn ich irgendeine Verabredung absagen will, dann schicke ich eine SMS. Dann fragt mich auch keiner, warum ich nicht komme. Einfach, oder? Du spinnst doch, oder? Ja, ja, oder? Wie die Nadel, die Nadel mit dem Siegel Schluss gemacht hat. Da hat sie auch eine SMS geschickt. Da braucht sie den Stemseuge-Schwätz nicht anzuhören. Das ist doch Feisch, oder? Feisch, Feisch. Du bist nicht der Feisch. Du bist der Weiche und deine Birne, oder? Das ist eine moderne Kommunikation, oder? Aber das verstehst du, Nikas, oder? Du lebst ja noch in der Steine-Zeit, oder? Ja, ich kann doch mal mit meiner Steine-Zeit keulen aufs Herren kloppen. Da hast du doch eine unmoderne Kommunikation, Herz. Du bist so primitiv, oder? Ja, stimmt. Oha, ich glaube, ab ist bei mir Fax rein gekommen. Du bist doch eine Drecksau, weißt du, oder? So eine Drecksau. Schöne-Zeit-Zeit 그러면 Chöne nach Berlin. Woah, guck Leo, Junge.. Dassk Forever ist gekling. Seoul union mit nedengraubung Und hier kommen ein negativ. Alles gut, wen das ja tun? Vielen Dank.